hallo mein name ist nicola barke von der hundeschule doxperience in und um rostock ich möchte euch heute zeigen was ihr in den sommermonaten an wasserspielen mit eurem hund macht ohne viel equipment zu haben wasserspiele klingt immer gleich nach oh gott dafür brauche ich so viel equipment ihr braucht in dem fall eigentlich nur eine wasserschüssel wir stellen es im film mit so einem kleinen pool da aber ihr könnt auch eine kleine wasserschüssel nehmen im ersten schritt machen wir wir räubern quasi kleine schüsselchen aus jeder hat so kleine plastik schüsselchen im im schrank oder man hat eine kleine plastiktasse oder plastikdosen die einfach schwimmfähig sind die meisten kleinen plastikdosen sind quasi schwimmfähig könnt das im waschbecken mal austesten wenn ihr sie irgendwie draußen dann erst mit dem hund einsetzen wollen ob die einfach schwimmen und dann stellt ihr sie in euer wasserbehältnis rein und packt leckerchen rein und die aufgabe für den hund ist es jetzt einfach da dran zu gehen und die leckerchen auszuräubern ja klasse super ja 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 Jawoll, ui! Einer ist da noch. Untertitelung des ZDF, 2020